So Leute, lange Räder, kurze Sinn. Ja, wir fangen einfach mit dem Dach weiter an. Da es beim letzten Mal ja alles ein bisschen schief gelaufen ist, mit dem Ton, was ich auch in dem einen kleinen Zwischenbericht da erläutert hatte, machen wir heute, was ja im Prinzip immer noch der gleiche Tag ist. Ich habe nur gedacht, wir machen nochmal ein bisschen was in dem Dach weiter. Denn man muss ja nicht immer gleich aufgeben, auch wenn man was nicht hingehaut mit der Aufnahme. Drum werden wir jetzt mal noch ein bisschen hier zusehen, dass wir das Dach hier um die Ecke kriegen. So, einmal so komplett rum. Genug haben wir noch mit. Schauen wir mal, wie weit wir kommen werden. Na, dortens, dortens. Äh, immer diese... Das könnte ins Auge gehen. Und das wollen wir ja tunlichst vermeiden. So, wir sind mutig, wir gucken nicht hin, wo wir hinlaufen. Na, komm schon. Jawohl. Warte mal, das ist wieder eine Zweiecke, das heißt... Da müssen wir... So machen. Und da müssen wir... So machen. Weil sonst wird das nicht funktionieren. Das sieht zwar nicht gerade schön aus, aber das ist ja egal. Das sieht ja von unten keiner. So... Und so... Und so... Und... Na, komm schon. Jawohl. Das ist auch wieder eine Zweiecke. Dann werden wir dann ganz einfach... Hier drüber wandern. So. Und hier machen wir dann wieder unsere... Zalabs hin. Wunder hübsch. Jawohl, ja. Hier huschen wir auch wieder so drüber. Jo. Talopp. Und hier machen wir dann so weiter. Ich müsste das hier unten erstmal schnell noch ausleuchten. Weil sobald das Dach drauf ist, ist es dort nämlich etwas dunkel. Ohne den Dunkeln haben die Monster gut munkeln. Hö, hö, hö. Ne, aber ernsthaft? Dann... Könnte es da unten etwas Probleme geben. Für unsere Eins später. Warte jetzt da, ja. Hm. Da könnte man eigentlich... Gloves rum oder sowas reinmachen. Müsste man mal später mal schauen. Hey. Sind ja sogar die richtigen... Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich dachte, ich kriege wieder die... Reichenholztreppen. Ja, jetzt habe ich sie gekriegt. Die will ich doch gar nicht haben. So, wir sind gleich angekommen. Dann haben wir ja schon eine Runde. Ein höher muss es noch laut meiner... Optik, wie ich das so sehen kann. Die Sonne sagt, wir haben Mittag. Das heißt, wir können auch ohne Probleme... ...etwas weitermachen. Aber wir sollten trotzdem noch... ...mit dem Licht gucken. Sonst... ...haben wir da gleich Probleme. Aber das Risiko geben wir jetzt einfach mal ein. ...Hurzeit haben wir heute. Momentan, wir haben heute. Heute haben wir den 3... Ne, nicht 30. Sondern den 31. 10. Wir haben Halloween heute. Happy, happy Halloween. Und wir haben 23.18 Uhr. Dann sollte... ...summa summarum morgen alle Heiligen sein. Wenn ich mich da nicht vertue. Mitte Freude. Uuuh. Mit der Feuertage. Das müssen wir dann so machen. Weil das ist hier wieder ein Zweier. Dann machen wir wieder unsere... Zack, zack. Und dann werden wir... Das kommt doch bestimmt ganz gut. Wenn ich da auch einen... ...Glowstone reinmache. Ich überlege es mir. Ich finde es nicht schlecht. Das wäre eine gute Ecke eigentlich für einen Glowstone. Nein. Keine... ...Slips. Gib ihn mir wieder. Wunderbar. Ich danke dir. Eigentlich könnte jetzt mal die Minecraft Musik langsam angehen. Denn... Ich habe die normale Musik einfach mal ausgelassen. Weil ich habe mir gedacht, wir machen mal etwas mit der Minecraft Musik. Aber sie kommt ja wahrscheinlich immer nur dann, wenn sie Lust hat und nicht, wenn ich Lust habe. Jetzt wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, dass sie mal startet. Das wäre auch eine gute Ecke für einen Glowstone. So... Hm. Hm. Machen wir erst mal Deckel drauf. Oh nein, runter wollte ich nicht. Das ist, wenn man nicht guckt. Verdammt. Aber das ist eine gute Gelegenheit. Mal eben die ganze Sache hier zu befackeln. Wenn wir sowieso schon runtergefallen sind, können wir diese Gelegenheit auch direkt nutzen. Oh. Hallo. Da sind noch welche. Hehe. So. Das sollte reichen. Jetzt müssen wir uns natürlich wieder hocharbeiten. Wo ist meine Schaufel da? Wo ist mein Dreck? Da ist mein Dreck. Wie viel habe ich denn im Bauch noch von hinten? Ah, ich habe noch was. Gut, dann können wir ruhig noch weiter machen. Wo bin ich denn jetzt eigentlich runtergefallen? Ah, hier. Das sollte eigentlich nicht. Denn wir wollten nur dahin und dahin und dahin. Genau. Genau so sollte es aussehen. Oh, ich höre sie. Sie startet. Die Minecraft Music. So und so. Genau da. Können sie aber eigentlich ein bisschen lauter machen, ne? So, mal gucken. Nein, nicht die. Die wollte ich haben. Oh, es wird langsam dunkel. Komm schon. Wie weit kommen wir noch? Geh nicht. Mist. Aber jetzt. Einen da. Einen da. Jo, babe. Na. Oh, ich kann auch hier machen. Und jetzt. Ich wusste es. Nein. Jawohl. So, und jetzt kommen eigentlich nur noch die Slips da drauf. Dann haben wir das Dach nämlich eigentlich schon fertig. Es ging ja dann doch schneller als ich es dachte. Wunderbar. Nein. Komm schon. Oh, es wird dunkel. Im Dunkeln haben die Monster gut dunkeln. Nein. So nicht. So. Kann ich hier gleich nicht mehr runterspringen, wenn der Deckel zu ist. Boah, ich hab... Das war aber knapp. Nein. Nein. Die werde ich eben noch verbauen. Dann huschen wir schnell runter. Noch zwei. Und ab ins Bett. Oh, es regnet. Und es hat aufgehört. Hab ich ein Glück. Ach, ich brauchte Slaps. Wie viel brauche ich... Hm. Dann brauche ich noch ganz schön welche. Habe ich nicht noch welche? Hm. Nein. Habe ich nicht. Aber ich brauche ja trotzdem Fichte. Ohne Fichte gibt es keine Slaps, ne? Ja. Wie viel macht das denn? Hm. Ich weiß nicht, reichen die? Ich nehme die erstmal mit. Wenn nicht, springen wir nochmal runter. Die werden auf keinen Fall reichen. Auf keinen Fall. Aber das macht nichts. Dann machen wir uns halt noch welche. Komm zu Papa. So. Na komm schon. Auch ganz nett. Die Etage tiefe aber. Das wollen wir nicht. Wenn wir uns mal schneller machen, dann funktioniert es nicht. Das reicht ja doch. Jetzt hätte ich jetzt nicht gedacht. Da habe ich ja sogar noch welche über. Faszinierend. So. Weg mit dir. Kann ich ja später für andere Dächer und Häuser benutzen. Wunderbar. Wir sind fertig. Ich glaube es ja nicht. Wir sind tatsächlich. Fertig mit dem Dach. Das ist ja nicht am fassen. So. Wo mache ich noch welche hin? Da nicht. Da war jetzt einer. Da war jetzt einer. Hm. Wollen wir noch irgendwo ein paar Lampen anbringen? Da brauchen wir eigentlich keinen hin. Ich würde ja am liebsten gar keinen auf dem Dach machen. Ach komm, wir machen die von dem Dach weg. Das ist Blödsinn. Auf Slapsporen sowieso nichts. Und auf Treppen. Sollte eigentlich nicht. Können wir die auch direkt abreißen. Komm schon. Jetzt müssen wir uns erstmal noch Gedanken machen. Wie wir dann später. Wunderbar. Eigentlich würde ich ja am liebsten noch. Das Dach da etwas steiler machen. Habe ich denn noch Treppen? Habe ich noch mit? Ich gehe mal kurz da rauf. Und schaue mir die Sache nochmal an. Na komm. Aber da muss ich wieder so viel abreißen. Dann müssen wir das nämlich alles nochmal abmachen hier. Das alles hier. Ich wollte da eigentlich noch nicht rein. So haben wir nicht gewettet. Wo ist denn hier ein Ausgang? Hier gibt es doch gar keinen Ausgang. Sollen sie auch noch ganz runter? Und wie komme ich wieder aufs Dach? Hallo? Gar nicht. Doch von außen. Hm. Noch eine Etage tiefer. Ja, ist das denn? Na. Mir die Tüfe in die Nase zu machen. Oh Gott. Da muss ich aber ganz schön hoch hier. Jetzt müssen wir den Kackstift auch erst wieder wegmachen. Damit ich da nämlich hochkomme. So. Denn das hat mir noch nicht ganz gefallen. Ich hoffe mal. Wir kriegen das so abgebaut. Dass wir noch genug wieder von den Legern einsammeln. Dann muss ich erst runterspringen und die Sachen aufsammeln. Weil die Teile brauche ich alle. Um das Dach nämlich wieder aufzubauen. Weil das gefällt mir nicht so ganz. Ne Moment. Das konnten wir doch hier lassen. Nämlich hier kommt das nochmal erst ein höher. So. So dachte ich mir das. Und da drauf kommt dann erst wieder die. Sag mal schnell die.